Die Massenvermehrung von Algen bedingt durch die Eutrophierung von Gewässern ist ein globales ökologisches Problem, welches durch den weltweiten Klimawandel noch verstärkt wird. Unser europäisch-kanadisches Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines cloudbasierten, selbstlernenden Frühwarnsystems, das spezifische Indikatorparameter sammelt, um Algenwachstum und die Bildung von Algentoxinen frühzeitig zu erkennen, um schnelle Gegenmaßnahmen dagegen zu ergreifen. Die Zusammenarbeit zwischen Kanada und Deutschland ist unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig und vor allem für uns als KMUs, die sowohl wir als auch EUGs Signals sind, transkontinentale Märkte zu erschließen, miteinander arbeiten zu können, miteinander diese Märkte zu erschließen und angewandte Wissenschaft hier auch betreiben zu können und neue Technologien zu entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017